Ja gut, pass auf, dann läufst du mal Richtung Schmied. Schmied? Ja. Schmied? Ja, Schmied. Ich geh erstmal zu unserem Haus. Ja, okay, das ist auch die richtige Richtung. Meinst du den Thaddeus-Schmied-Hütte-Dings? Genau, den mein ich. Warte, ich pack erstmal ein bisschen Zeug in unsere Kisten, weil sonst ist mein Inventar voll. Ja, dann lass aber mein Zeug da, weil jetzt können wir uns ja hier hinten treffen. Ich bin gerade wieder am Spawner vorbeigelaufen. Achso, warte, dann läufst du mich Richtung Thaddeus-Haus. Dann lädt die Welt auch mal hier. Achso, hast du wieder Bugs? Nein, Quatsch. So ein Käse, wie kommst du denn da drauf? Schade, dass der Thaddeus nicht mehr da... Alter! Ja, kann sein, dass hier ein Creeper ein Loch in den Garten gesprengt hat. Äh, wieso? Warum? Weil da ein Riesenloch im Garten ist. Nee, das war ich nicht. Echt? Und auch kein Creeper. War das nicht letzte Folge irgendwie, äh, letzte Aufnahme, dass da irgendwie ein Creeper mit dem Getreidefeld da explodiert ist? Nein! Oh, da bist du doch. Ich seh dich. Wo? Hallo? 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 Halt, nein, halt, da, ja, 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 nein, halt, falsche Richtung, andersrum, ja, da. Ah, hallo. Ich bin wieder da, hallo, guten Tag. Ja, guck dir mal hier das Feld an. Achso, das hier. Ah ja, hier im Garten, natürlich. Das war, äh, der Selbstmord-Anteder. Pass auf, ich hab dir was mitgebracht, weil ich so freundlich bin. Moment. Was denn? Boah. Oh, ist das liebenswürdig von dir. Ja, von meiner langen Reise. Ja, warte mal, dann schmeiß ich dir mal deinen ganzen Creepers hier hin irgendwie. Ja, schmeiß mal hier rüber. So eine Schaufel. Warte, davon war die Hälfte dir. Ich glaub, das war dir, das war dir. Kriegst ein bisschen Erde. Ich baue noch so ein Schwert, so eins aus Stein hatte ich. Ja, hier ist ein Schwert. Und eine Spitzhacke aus Eisen hatte ich auch. So. Hattest du noch was? Ähm. Ja, ich hatte noch Holz. Und, und, und Fackeln hatte ich, glaub ich, nur zwei. Also egal. Aber Kohle hatte ich ganz viel. So. Sind wir glücklich? Äh, so bin ich glücklich, ja. Gut. Aua. Oh, jetzt bin ich nass und schütze hier. Die ganzen Aufregung. Action. Action mit Fred und Heinz. Ja. Action. So, warum renntst du jetzt wieder zurück? Warum? Was? Ja, hier lang. Komm. Ach, wir wollten in die Höhle. Ja, ja. Ja, ja. Entschuldigung. Alter Mann, vergiss sowas. Eben haben wir ja, ähm, ähm, äh, ja, erfolgreich die Höhle gelootet. Äh, weißt du was? Hunde Wurf, hallo. Toll, jetzt hat er viel Knochen gefressen und mag mich trotzdem nicht. So, und du, wo bist du hin? Hier unten sind, äh, Kühe im Gras. Lass mich nicht alleine. Hallo. Was denn? Wo denn? Hallo, hallo. Ach da. Hier am Schnee lang. Einfach immer am Schnee lang. Ja, 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 ich komme ja schon. Hier so. Kühe im Baum. So, wir müssen jetzt gucken, wo, wo der halbe Fluss hier ist. Weil da ist nämlich auch, äh, dann, äh, der Spawner irgendwo. Mhm. Ah. Genau da. So, ja, ich bin immer noch ein bisschen geschockt, dass ich, dass ich wirklich hier gekillt wurde. Ich habe dummerweise zwei Endermans, Männer, äh, getriggert. Endermanse. Endermanse. Und die haben mich dann ordentlich, äh, auf den Berg gehauen. Oh, warte mal gerade. Ich habe vielleicht eine Frame Drop gehabt. So, jetzt ist es wieder stabil. Ich hatte eben so 10 FPS oder so. 10 FPS? Ja. Das reicht doch. Hier ist der Spawner, guck. Ich gehe direkt rein. Ja. Ah! Ah! Aua. Mach sie tot. Kiste. Yay! Eine scheiß Kiste. Redstone, zwei Sättel, Brot, ein Eimer und zweimal Gunpowder. Was hast du so? Schlechter. Selber ohne Gunpowder. Und dreht sich bei dir die Spinne auch so hässlich schnell? Ah, jetzt nicht mehr. Doch, dreht sich. Aber wenn man sich in die Nähe stellt, dreht sie sich schneller, glaube ich. Naja, Wurst. Nein. So ist... Hier geht es einmal unten drunter durch. So, warte, du hast Kohle übersehen. Was habe ich? Äh, du hast Eisen übersehen. Nein, ich wollte hier nur mal kurz Licht machen. Ich höre einen Zombie. Der ist bestimmt hier irgendwo hinter der Mauer. Der Lichtmeister, Heinz. Ja, ich bin hier Innenarchitekt. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Wollen wir Minecraft auch mal ernst spielen, so wie Limbo? Wie so Horror-Survival-mäßig, oder was? Was? Nein, nicht... Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Äh, nee, nicht Horror-Survival-mäßig, sondern einfach ernst. Ohne zu lachen. Ohne zu lachen? Ja. Wollen wir jetzt... Warte mal, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Oh, eine Viertelstunde, ein bisschen mehr vielleicht. Ja, pass auf, dann machen wir das in der nächsten Folge. Komplett super ernst, ohne zu lachen. Okay, und dann... Das heißt, äh, ich sage dir Bescheid, wenn die nächste Folge ist, und dann wird nicht mehr gelacht. Ja. Also jetzt noch möglichst viel lachen, damit dann nichts mehr lustig ist. Erzähl mal einen Witz. Wie soll ich mal einen Witz erzählen? Ich kenne keine guten Witze. Ei, ei. Ich kenne... Ich kenne nur, ich kenne nur, äh... Oh. Dumme Witze kenne ich. Hier ist noch ein Loch, hier wollen wir nicht hin. Nein, nein, nein. Ah, ja, ein Loch. Äh, hier hängt überall Gemüse von der Decke. Ja, gutes Gemüse. Brauchen wir eine Schere, können wir es mitnehmen. Wo kam ich denn eigentlich her jetzt? Von unten. Oh, hier. Achso, da. Ja, ja, ja. Hä? Du sagst, oh, hier, und ich habe keinen Plan, wo du überhaupt bist. Da, wo es hell ist. Ja, ich habe dich, äh, erblicket. Ja. Haut mich über den Kopf an, hier. Hier ist auch fertig. Ah, ist das alles blöd. Ja, n... Ich weiß nicht mal ansatzweise. Wo ist denn der Zombie? Ich weiß nicht, der, der, der brüllt irgendwo hier. Wahrscheinlich steckt er in der Wand. Dann würde ich was mal sagen. Aua! Entschuldigung. Ja, dann renn mir nicht in die Spitzhacke. Kein Wunder, dass dir weht. Aua! Hör auf, ich bin gleich tot. Ja, das hast du verdient. Ich sterb doch sowieso dauernd. Muss man nicht auch noch erzwingen. Ja, in der Aufnahme bist du noch nicht gestorben. Ja, aber irgendwer ist in der ersten Aufnahme schon mal gestorben, also Ziel erreicht. Ja, in der Aufnahme bist du noch nicht gestorben, also in der Aufnahme bist du noch nicht gestorben. Ja, in der Aufnahme bist du noch nicht gestorben. Ja, wo es um einen, der aufnahs ist, in der Aufnahme bist du noch nicht gestorben, also in der Aufnahme bist du noch nicht gestorben. Bis heute ist es, der für eineno-gesch Д